Um die Quantentechnologien voranzubringen, müssen wir eines erreichen. Wir müssen die Grundlagenforschung in einem frühen Stadion mit der Technologieentwicklung aus angewandter Forschung und Industrie verzahnen. Die enge Zusammenarbeit mit der Industrie ist ein zentrales Anliegen des Munich Quantum Valley. Der Bau eines Quantencomputers wird heute in Deutschland kein einziger Partner alleine schaffen, sondern es ist Teamwork. Wir werden die Hightech-Startups brauchen und den Verbund mit den globalen Unternehmen. Gerade deshalb arbeitet die BMW Group aktiv daran, hier in München Spitzenforschung und Industrialisierungskompetenz zusammenzubringen. In Bayern existiert bereits jetzt ein extrem starkes Ökosystem für Quantencomputing. Es enthält alle wichtigen Mitspieler aus der Industrie, aus der Wissenschaft, Startups und Investoren. Das Munich Quantum Valley geht maßgeblich auf die Initiative des Walter-Meißner-Instituts der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zurück, das sich seit Jahrzehnten doch ebenso anspruchsvolle wie innovative Grundlagenforschung auszeichnet und eine führende Rolle beim Bau des Quantencomputers übernehmen soll. Das Leibniz-Rechenzentrum bringt Quantencomputing zu den bayerischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Insbesondere in Verbindung mit dem Supercomputing können wir unsere Expertise im Bereich IT-Dienste für die Wissenschaft ausspielen. In München haben wir eines unserer besten Max-Planck-Institute, ein echtes Juwel, das Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Und zu diesem Netzwerk gehört auch unser Erlang nach Max-Planck-Institut für die Physik des Lichtes, das wichtige komplementäre Kompetenzen bereitstellt. Fraunhofer wird sich bei dieser Strategie umfassend einbringen, auf allen Ebenen der Software- und Hardwareentwicklung. Wichtige Säulen sind hierbei der Zugriff auf die Quantencomputing-Plattform von Fraunhofer und IBM sowie die gesamte Technologiebreite der Forschungsfabrik Mikroelektronik. Das Fraunhofer-Eisek möchte auf zweierlei Weise beitragen. Zum einen möchten wir Lösungen zur Verfügung stellen, sodass Anwender sicher ihre Anwendungen auf Quantencomputern zur Ausführung bringen können. Und zum anderen möchten wir Industriepartner, aber auch Studierende ausbilden, schulen, damit sie in Zukunft kompetent diese Möglichkeiten auch nutzen können. Das Würzburg-Dresdner Exzellenzcluster Complexity and Topology in Quantum Matter erforscht und entwickelt neuartige Quantenmaterialien. Unsere Forschung lebt von interdisziplinärer Vernetzung und das neue Munich Quantum Valley ist ein perfektes Beispiel für diesen Ansatz. Bayern steht in Deutschland und Europa stark da in puncto Quantentechnologien. Nicht zuletzt auch dank der Pionierarbeiten hier am Standort Erlangen-Nürnberg. Schon seit den 90er Jahren sind hier speziell Anwendungen der Quantenkommunikation erfolgreich erforscht worden. Wir vom Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts freuen uns zusammen mit unseren Kollegen von der Friedrich-Alexander-Universität auf die zukünftige Zusammenarbeit innerhalb Bayerns. Die physikalisch, chemisch, materialwissenschaftlich ausgerichteten Institute der Universität Augsburg freuen sich riesig darauf, ihre jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Protagonisten des Munich Quantum Valley fortsetzen und unsere Kompetenzen und spezialisierten Technologien in den bayerischen Quantencomputer einfließen lassen zu können. Das Quantum Valley in München ist die Basis, wo wir erfolgreich diese Expedition starten können. Wir wissen wohin, wir wissen noch nicht genau wie. Infineon wird wesentliche Technologie-Elemente beitragen. Es gibt tausende von Ideen und ich bin mir sicher, wir haben noch gar nicht über alles das nachgedacht, was denn wirklich möglich sein wird. Das Wichtigste ist, dabei zu sein.